hallo fahrradkanal ja ich bin jetzt hier unterwegs in richtung ennepital ja zu meinem startpunkt und ja ich freue mich schon darauf auf die tour mit dem neuen bergermont bergermont bike so genanntes fully bike ja und wir werden mal schauen wie sich das auf dieser strecke dann schlägt ja ich werde vielleicht das auch noch mal startpunkt ein bisschen genauer zeigen vorstellen ja dann sage ich mal bis gleich hallo jetzt hier mal mein neues fully bike das bergermont oder bergermont ja ich habe wie hier noch die top peak halterung für zum eine schiene zum schnell drauf schieben für die gepäcktasche und vorne natürlich noch den klick fix ja das bergermont oder bergermont hat viele marken spezifische komponenten so auch hier den bosch performance line motor natürlich shimano bremssystem hydraulik scheibenbremssystem sun tour gabel federgabel und hier in der mitte befindet sich dann die federung für das hinterrad ja da ich schon mal von riese und müller ein voll gefedertes faltrad das einzigste was es damals auf dem markt gab hatte war ich sehr begeistert und ich wollte mir doch mal ein so genanntes fulli gönnen ja das habe ich jetzt hier mit diesem bergermont mir realisiert es hat zehn gänge und eine diore shimano diore schaltung die ich schon die tage ausprobiert habe und sehr gut funktioniert ja jetzt werde ich mich auf den weg machen bzw das rad fertig ausrüsten damit ich mir meine tour für heute starten kann ja aber zuerst kommt noch der akku dran die klappe vom heck zu und dann auf das neue bike aufsteigen und dann geht es auch schon los jetzt noch mal eingeblendet die tourenkarte der 42 kilometer langen strecke hier gestartet in gebelsberg richtung hagen dann die rote linie die ehemalige straßenbahntrasse hoch bis brickerfeld und dann wieder in richtung gevelsberg an der eneppe zurück ja jetzt bin ich hier schon durch den skaterpark gefahren und ja die erste kleine merkwürdigkeit ist dieser zickzack aufstieg nachdem ich über die eneppe rüber bin und dann geht es eigentlich auch immer im grünen entlang direkt rechts von mir befindet sich die eneppe ja das fand ich hier eigentlich ganz schön dass ich hier erst mal so zwei drei vier kilometer lang eigentlich immer einen schönen grünstreifen hatte zumindest habe ich mir das so geplant in komod ja es gibt hier ein paar querungen aber die sind nicht der rede wert großartig ja jetzt geht es wie gesagt erst mal grob in richtung hagenhaspe hier immer an der eneppe entlang wie ich schon sagte ja hier eine kleine tunnelunterquerung und dann bin ich auch schon hier in dem gebiet von den sogenannten schönungsteichen so heißt es hier schönes gebiet mit einigen schönen seen ich glaube das betreut auch der naturschutzbund der nabu ja hier mal zu rechten die eneppe ja und das hier ist eigentlich so schon ein punkt wo man jetzt links nach gebiet knapp abbiegen kann ich bin aber rechts rum und überfahre jetzt über diese brücke jetzt hier nochmal die eneppe um dann unten auf die hauptstraße die hagener straße zu gelangen hier kommt sie jetzt ins bild ja ich gucke mir eigentlich immer die route ziemlich genau an wenn ich die in komod plane damit ich wie gesagt auch immer möglichst gute fahrradwege habe wenn ich denn schon an der straße lang fahren muss ja hier übrigens das ehemalige brandwerk kennt man sicher oder viele kennen das noch brandzwieback ja den gab es bei mir früher als kind auch zu essen mit milch und zucker manchmal ja in so einer milch teller suppe eingeweicht lecker ja hier jetzt einen kleinen schlenker nachdem ich da von der straße der hauptstraße dann abbiegen konnte ja das schlängelt sich jetzt hier auch so ein kleiner grünstreifen der ganz schmal ist eigentlich nur diese straße hier zur rechten ist übrigens auch ja da war ein schienen kleiner kurzer schienenstrang mit ich glaube eine lore war da auch also wahrscheinlich eine art kleines denkmal vielleicht war da auch mal irgendwie ein kleines bergwerk ja jetzt bin ich hier kurz auf der jetzt muss ich mal gerade schauen das ist schon die hennelstraße gewesen auf der musste ich jetzt ein kurzes stückchen lang fahren um dann hier genau auf den startpunkt in haspe diese circa 20 kilometer lange ehemalige bahnstrecke der linie 11 zu gelangen ja früher war hier unten in haspe wohl eine endstation der bahnstrecke ende von von 11 bis zu heberfeld bis nach dort wurde sie dann wohl später noch verlängert scheinbar also ich habe wie gesagt bei meiner recherche herausgefunden anscheinend war hier in haspe mal ein endpunkt und von da aus wie gesagt vor dann auch diese straßenbahnlinie diese straßenbahnlinie 11 scheint wohl auch im netz sehr bekannt zu sein als überland straßenbahn ja wie gesagt im unteren teil der straße förderstraße ist das übrigens habt ihr glaube ich gerade noch gesehen war nicht unbedingt ein radweg abgeteilt da fährt man dann leider einige hundert meter direkt auf der straße aber auch das hier diese aufgemalte radwegstreifen ist ja auch nicht gerade viel besser ja hätte ich hier mein komod nicht dabei gehabt hätte ich doch glatt die schilder übersehen wo es denn links abgeht hier hier gibt es dann schon ein erstes kleineres stückchen wo die wo der radweg dann mal von der von der hauptstraße von der förderstraße abzweigt und man hat dann doch mal ein bisschen entspanntere strecke mit dem fahrrad die man radeln kann weil es eben hier so ein bisschen sozusagen hinter den hinterhöfen entlang geht also ich fand das recht entspannt war auch schön ruhig hat mir schon sehr gut gefallen also wie gesagt da müsst ihr dann ein bisschen gucken oder aufpassen dass er den abzweig da an der pförderstraße findet ja diese kleine parallelstrecke die ist so circa 1,5 1,8 kilometer lang und hier wird dann auch der Bach überquert ist der Hasparbach übrigens schon der dann unten glaube ich in die enepe noch fließt und aus der gleichnamigen Haspartalsperre kommt ja also ich fand diese parallelstrecke hier zwischen den häusern ganz interessant und ja wie ihr hört das war recht ruhig hier ja leider endet das dann auch wieder man kommt also dann schon auf der hagener straße raus ja man überquert da hier so ein bisschen die stadtgrenzen aber ihr seht ja hier ist zumindestens auf der seite auch ein breiter fahrradweg bürgersteig fahrradweg ja ja hier war wohl früher mal noch eine andere firma ich glaube schmolz und bickenbach oder wie auch immer ihr könnt ja mal in den kommentaren reinschreiben meine ich hätte ich irgendwo im netz gelesen ja wir sind jetzt hier bei circa nach elf kilometern zweigen wir dann endlich auf die auf den schöneren teil ab der ehemaligen straßenbahnstrecke denn ab hier wird es eigentlich wirklich richtig schön wie gesagt ab dieser diesem ja diesem werk ich nehme mal an das auch irgendwie ein metallwerk gewesen was irgendwie irgendwas mit metallverarbeitung zu tun hatte mal früher ja jetzt wie gesagt geht es hier auch immer relativ gut bergauf im netz steht dass die bahnstrecke eigentlich immer nur so maximal drei prozent steigung hat ja das ist natürlich den gegebenheiten der schienen gebundenen fahrzeugen ohne eine eine sogenannte in der mittel zahnstange was die denn gerade noch so bewältigen können ohne zahnstange ja da das hinweisschild also hier geht es eigentlich dann links was jetzt rückwärtig vor mir liegt hoch zur haspertalsperre hier links noch ein schönes ausflugslokal ja und eigentlich wollte ich hier auf der wiese dann nochmal die drohne fliegen lassen habe ich auch gemacht aber witzigerweise ihr werdet es nicht glauben leider sind die aufnahmen nichts geworden ich habe auch noch eine zweite stelle die kommt dann nachher auch noch werde ich euch auch noch was zu sagen ja wie gesagt jetzt geht es hier eigentlich erstmal in richtung förde hoch ich glaube das ist dann auch ein stadtteil heute und gehört glaube ich zu ennepetal aber früher war das wohl mal ein selbstständiges örtchen oder dörfchen wie auch immer ja ich habe gerade nachgeschaut das gehört zu förde da gab es dann eine sogenannte spitzkehre ja das bedeutet das macht man schon mal beim schiengebundenen verkehr wenn man keinen platz hat und die hänge relativ steil sind ja die meisten werden das natürlich kennen aus der schweiz da schlängeln sich die die bahnstrecken in vielen kurven die berge hoch oder runter manche kehren so nennt man das dann auch oder kehrschleifen die befinden sich auch teilweise dann in bergen oder tunneln um möglichst bei geringer steigung dann auch die höhenmeter zu erreichen ja hier in diesem fall wie gesagt in förde hat man das anfangs erst einmal mit einer sogenannten spitzkehre gemacht das heißt man fuhr vorwärts rein und dann war eine weiche und dann ist man ja quasi rückwärts wieder raus gefahren wie gesagt so wird das heute noch teilweise in südamerika gemacht wenn steile hanglagen zu überwinden sind ja wie ihr seht sehr schöne ausblicke hier hier die strecke hoch wie gesagt die strecke ist also von hagen hasbe bis nach brecker feld ca 20 kilometer lang gewesen und benötigte glaube ich ca eine stunde aber gut könnt ihr ja auch noch mal in die kommentare schreiben ob das alles so richtig ist ja hier bin ich hier gibt es eine straßenquerung leider bin ich jetzt hier eigentlich auf dem falschen gleis wenn wenn ich das jetzt mal so sagen darf habe es aber noch gemerkt und musste jetzt hier wieder zurück ist es auch so man fährt also nicht wirklich immer hundertprozentig auf den auf dem alten bahndamm der straßenbahn eigentlich geht der hier jetzt gerade aus weiter durch die hecke quasi und nicht so wie jetzt hier eine umfahrung die man so leider als radfahrer dann machen muss und eigentlich würde die oder ist die ehemalige straßenbahnstrecke dann hier irgendwo wieder raus gekommen ja schade dass das natürlich dann irgendwie ganz weg ist aber so im großen und ganzen fährt man schon ich würde mal so schätzen 80 90 prozent wenn ich sogar etwas mehr fährt man eigentlich immer auf der ehemaligen bahntrasse ja hier jetzt wäre die bahn auch geradeaus zwischen den häusern durchgefahren quasi vielleicht waren die häuser auch damals gar nicht und ja ich finde es immer so ein bisschen schade dass solche sachen dann leider auch irgendwie komplett verschwinden naja aber gut kann man halt nichts machen ja ihr seht wie gesagt wunderschön mittlerweile sind hier rechts und links auch einige bäume entstanden so dass ja das eigentlich wunderschön hier zu fahren ist selbst im sommer dürfte das natürlich schön sein ja und hier kurz vor breckerfeld wollte ich dann wie ihr seht auch noch mal die drohne fliegen lassen und man befindet sich ja hier schon so circa auf 300 irgendwo zwischen 300 und 350 meter hoch und ja leider ist es nichts geworden warum auch immer irgendwie ärgerlich obwohl ich definitiv sagen kann dass ich die aufnahme ausgelöst hatte es waren auch dateien auf dem auf der sd karte drauf aber die waren unbrauchbar naja gut sei es drum sehr schade ja jetzt kommen wir hier schon auf die jetzt muss ich mal gerade schauen das ist dann schon hier die frankfurter straße so heißt die und hier hatte ich dann vor mir mal was zu futtern zu besorgen weil die weil es ja dann auch schon irgendwie auf mittag zu gehen beziehungsweise ich wollte mir das dann unterwegs an einer schönen stelle zu gemüte führen ja das war dann hier dieser rewe einkaufspark oh gott keine schleichwerbung hier machen ja habe ich alles eingepackt café to go in der thermoskanne und weiter geht's richtung breckerfeld zentrum ja hier ist jetzt eigentlich links von mir der ehemalige bahnhof von breckerfeld wo die straßenbahnen die überlandstraßenbahnen dann eigentlich geendet hat oder ist ja ich habe von weitem wie gesagt so ein kirchlein gesehen und habe gedacht okay das musst du dir doch mal irgendwie anschauen vielleicht ist die ja schön ja ich fand sie ganz nett als ich da auf die schranke zugefahren bin habe ich so gedacht jetzt kommst du dir vor als wenn du den papst besuchst weil mit schranke und coronakontrolle oder so war jetzt ein scherz so jetzt bin ich hier unterwegs durch die fußgängerzone von breckerfeld und hier sind drei bronzefiguren ja da kann ich euch ich wollte einfach mal wissen warum die da stehen und wofür die da überhaupt stehen ja und ich habe im netz gefunden dass das ein sogenanntes bürgerdenkmal ist und dargestellt werden ein reicher mittelalterlicher handelskaufmann ja hier übrigens rechts man sieht so gerade hier rechts neben dem haus da war eigentlich der alte endpunkt der straßenbahnstrecke also wie gesagt dargestellt hier nochmal die strecke breckerfeld hier biege ich jetzt auch ins ja bachtal ab sage ich gleich noch was zu also nochmal mittelalterlicher handelskaufmann ein messerschmied und ein schütze sind dort dargestellt ja warum wurden diese drei bestimmten personen ausgewählt dazu muss man ein wenig in der stadtwerdungsgeschichte nach wühlen und nachlesen und dort steht geschrieben voraussetzung für die stadtwerdung breckerfeld 1396 war neben der geografischen lage die bedeutung die durch handel und handwerk begründet wurde breckerfelder stahl und stahl waren wie schlösser sporen und messer waren in im hansegebiet sehr begehrt der vermögende handelskaufmann gerwin von alten breckerfeld wurde zum beispiel ratsher in köln und damit sehr einflussreich die messerschmiede fertigten knopp messer stechmesser und dolche sogenannte dölgen die wegen ihrer güte breckerfelder genannt wurden nach der überlieferung gehen die schützen auf die stadtrecht urkunde zurück und feiern seit historischer zeit die schützenfeste bereits 14 49 schrägstrich 50 wurde auf den papagove geschossen ja wie gesagt ich bin jetzt hier durch dieses schöne bachtal unterwegs und ihr seht ja anscheinend ist auch hier leider viel dem borkenkäfer zu zum opfer gefallen das ist natürlich schon sehr traurige sache wie ich finde ja und hier bin ich jetzt auch schon am ende dieses bachtals und gelange jetzt auf die landstraße die wieder richtung enepe führt die übrigens dann auch neben der enepe lang geht ja zum glück ist die nicht so stark befahren also die autos konnte man noch an einer hand quasi zählen aber gut wie das das war jetzt ein wochentag wie das natürlich dann unter der woche ist kann ich natürlich nicht entsprechend sagen und hier an dieser stelle habe ich mir gedacht die leitplanke nutzt die jetzt als sitzgelegenheit endlich deine zwei belegten brötchen mit dem café to go den ich mir in brickerfeld wahrscheinlich vor über eine stunde circa gekauft hatte dann doch noch mal zu verzehren ja ich habe meine sitzmatte die habe ich da über die leitplanke gelegt und dann konnte man da ein einigermaßen sitzen ja man muss halt immer ein bisschen improvisieren wenn man mit dem rad unterwegs ist aber wie ihr hört ist da nichts das ist der o-ton der ist mit im hintergrund also braucht jetzt nicht denken dass ich da den den originalton abgeschaltet habe ja es ein bisschen doof wenn man vorher einen hohen gang am fahrrad drin hatte dann anzufahren wäre natürlich ratsam gewesen ja hier links gerade ein paar radler die jetzt hier bergauf auf der l 699 unterwegs sind wahrscheinlich richtung ennepetalsperre da gelangt man nämlich über diese landstraße hin ja jetzt bin ich hier schon in der in dem einzugsbereich hier von ennepetal hier ich nehme mal an das ist hier ennepetal welcher ortsteil wird es denn wohl sein auf jeden fall hier ging es gerade vorbei an der kluttert höhle die ist ja bekannt und ja wer denn da irgendwie mal lust hat rein zu gehen ich war da schon ein paar mal drin ist allerdings auch lange her aber naja kann ja jeder dann mal selbst sich schlau machen so jetzt geht es hier ein stückchen steilberg runter das ist jetzt hier das ende dieses schönen weges der oberhalb der ennepetal entlang ging leider geht er nicht weiter um jetzt hier bequem jetzt muss ich hier eigentlich einen kleinen umweg fahren um dann hier auf diese friedrichstraße zu gelangen das ist also eine ziemlich breite hauptstraße wie ihr seht aber gut wenn man unter der woche unterwegs ist bevor der bus verkehr ist dann geht das alles jo jetzt bin ich hier auf der kölner straße und fahr jetzt quasi richtung gevelsberg und ja gott sei dank ist hier auch wieder ein radweg ja der ist zwar jetzt auch stellenweise nicht allzu breit hier geht es ein bisschen besser hier die große fabrik was auch immer dort heutzutage ansässig ist ja und das ist der cruiner tunnel der wurde damals eigentlich errichtet im zuge des baus für die bahnstrecke ihr seht der ist 89 meter lang für die elberfeld also die von elberfeld bis nach dortmund führende hauptstrecke heute hauptstrecke und eigentlich hier diese ennepetal bahn die führte da auch hindurch früher sogar noch habe ich nachgelesen sogar noch parallel eine straßenbahn ja es wird da sogar teilweise noch museumsbetrieb drauf gemacht auf der strecke hier von hagen hauptbahnhof bis nach ennepetal klutterthöhle da fährt der die deutsche gesellschaft für eisenbahngeschichte teilweise lang mit einem schienenbus ich weiß allerdings nicht ob sie das noch machen oder betreiben ja ich bin jetzt hier gleich an meinem ausgangspunkt hier in gewilsberg im zentrum negena straße heißt das hier und hier gibt es eine große park parkplatz möglichkeit wie ihr seht ich packe jetzt meine sachen ein ich wünsche euch noch viel spaß und lasst ein abo da wenn ihr mögt bis dann und tschüss bis dann und tschüss bis dann und tschüss